Scheiße. Scheiße. Ähm, was passiert jetzt? Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Ohlgirt hat sie nicht reingelassen. Sie sind der Fall. Oh, really? Hallo? Nein Nein Hilfe Ach, ich hasse sowas Hä, wo soll ich denn hin? Ich werde gleich sterben, weil ich nicht weiß wohin Ich weiß nicht wohin Maaa Ach nein Scheiße Vergesst in zwischendurch zu speichern Ach, es hat so einen Katzengarno Er packt mich grad ein bisschen ab Ich habe mich nur Ich kann bei euch das zu peinigern Ich kann die Ich habe mich auch bis zum nächsten mal Grecke Ich werde dich wieder powder wo und komm auch hin das war ein paar Wiener Spinner nicht losgehen mitten Nein. Komm, dann ist schnell schon mal in den Finale gegen solche Haus. Nein, nein, ich hab mich. Hallo? Spring doch auf die Kisten. Spring doch auf die Kisten. Spring doch auf die Kisten. Ach, du behinderte. Hä? Hä? Man hätte doch da hoch, glaub ich, schön springen können. Äh, oh, nee, jetzt ist er im Kampfraum. Was ist das denn? Ja, okay, jetzt stirb einfach. Verreckt, du scheiß Hurensohn. Ey. Ey. Ist die auf einmal im Kampfmodus? Ist das ein Hurensohn? Aber, ey. Aber, ey. Hätte über die Kisten doch hoch springen können. Da war nämlich, glaub ich, ein Fenster offen. Ey, ist das... Ich hasse... Oah! Möchte jemanden schlagen. Oah! Wie? Och, dass schlägt. das Versuch hat er und danach glaub ich... Okay, ich guck da gar nicht rauf. Hä? Ohne Witz, ich hab keinen Plan. Hä? Wo soll man denn hier... Hä? Hä? Oh, ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich, Spiel. Hey, Mann! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss überlegen, hier kann ich nichts holen. Ich muss überlegen, hier kann ich das Spiel verarschen. Was hat das mit dem hier auf sich? Ohne Witz, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Fickt euch! Wo soll ich denn hin? Ey! Wohin? 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 Vince. Wenn es weiter so geht, ganz ehrlich, dann muss ich nachgucken. Verdammt, mitten in einem Schneesturm, ich muss... Riesen... Ah. Okay. Ich bin doof. So hat er angefangen zu rauchen. Ja, ist gut. Lass das Fass... Lässt du mal das Fass? Danke. Hm. Der Ehevertrag von Iris und Olgert. Ich guck noch, ob hier eins einfach mal groß ist. Ja, muss er eins sagen, Olgert hat die Frau nicht verdient, so wie er sie behandelt hat. Wer ist hier? So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Ja, ein Messer. Ein Messer, blutbesudelt. Olgert hat sich die Narben auf den Schultern wohl in jenem Winter zugelegt. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Mach schon. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgert gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hier bleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Guck. Vater. Nein. Oh. Dina. Geht mir diese Scheiß Erscheinungen drück auf. Alles in einem schon uploaden Bon so. Damals hat von Everec aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Eine Platte. Oh, das ist echt schwer weg. Eine große Tonschüsse. Eine Terrine. Wohl für Suppe, Krallenspuren. Oh, fuck me. Das stimmt wohl nicht. Passt perfekt. Das war wohl da jetzt. Na also. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Piddle hat sie trotzdem hingestellt. Wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen. Und sich ums Haus kümmern. Egal, was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Eugiert. Geh mir aus den Augen. Oh. Geh, Eugiert von Everec hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herren Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt da? Iris von Everecs größte Angst. Kurator oder Eugrömer? Oje. Meine liebste Frau. Ein Brief von Olten und Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere eröffnet ist. Ich sehe, wie du mich anblickst. Wie du dahin wälgst. Ich kann dir nicht helfen. Aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Hose sind mein Abschied. Mögest du im Gesundheit leben, wenn ich nur an die Blüten sagen würde. Eugiert. Toll. Und da sind wir. Vielen Dank.